Mein Name ist Soran, ich bin Vertriebsleiter Automotive bei der Firma KS Tools und ich stelle euch jetzt einen Artikel aus unserer Monster-Familie vor. Das ist unser Mini Monster Extreme Light. Das ist ein Halbzoll Schlagschrauber, der besonders leistungsstark ist, bei einem besonders flachen Gehäuse. Das Gerät ist 1390 Newtonmeter stark, hat eine Umschaltung für Rechts- bzw. Linkshänder. Hier am Gerät verbaut ist unser Silent-Schlauch, der auch für alle Monster-Geräte einsetzbar ist. Dadurch kann man den Geräuschpegel bis zu 40% reduzieren. Eine weitere Besonderheit und das Alleinstellungsmerkmal von diesem Schlagschrauber ist, dass wir uns durch harte Arbeit und Innovation das AGR Gütesiegel erarbeitet haben. Bei dem AGR Siegel handelt es sich um die Aktion gesunder Rücken, wo vor allem das ergonomische und rückengerechte Arbeiten im Vordergrund steht. Bei einem Gewicht von gerade einmal einem Kilo hat das Gerät trotzdem die Kraft von einem echten Monster.